Stille Macht Liebe Zuschauer, lassen Sie sich von mir mit dem Weihnachtskapitel aus den Buddenbrooks auf das schönste Fest des Jahres einstimmen, und zwar am Sonntag, den 5. Dezember um 19 Uhr in der St. Johanniskirche in Würzburg. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in Würzburg, bei Touristinformation und Ticketservice im Falkenhaus, bei MeinTicket oder unter der Ticket-Hotline 0931 372398, sowie an der Abendkasse ab 18 Uhr. Ihr Friedrich von Thun.